Nummer 5 Dieses Modell stellt die richtige Kombination aus Komfort und Funktionalität dar. Der Griff ist weich und ermöglicht dem Benutzer einen guten Halt. Die Platte ist mit einem Antihaftsystem ausgestattet, das einen praktischen und schnellen Wechsel der verschiedenen Schleifpapierblätter ermöglicht. Er verfügt über ein Saugsystem, in dem sich auch der Filter mit dem Behälter befindet, der jederzeit mit einem feuchten Tuch gereinigt werden kann. Drei Blätter Schleifpapier werden ebenfalls mitgeliefert. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 4 Diese Schleifmaschine ist sehr kompakt. Sie hat einen festen Griff. Es handelt sich um eine Schleifmaschine, die mit einer Leistung von etwa 55 Watt sicher ihre Arbeit verrichtet. Dieses Modell verfügt nicht über ein Saugsystem. Das Produkt wird mit einer Reihe von Zubehörteilen verkauft. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt auf Amazon. Nummer 3 Hierbei handelt es sich um einen Handschleifer mit orbitaler Rotation, mit dem Sie die Oberfläche auf die bestmögliche Weise schleifen können. Die Form ist kompakt, ergonomisch und auch mit einer Hand leicht zu bedienen. Seine Leistung beträgt 80 Watt, mit etwa 22.000 Schwingungen pro Minute. Dieses Modell ist mit dem Mikrofiltersystem ausgestattet, das es Ihnen ermöglicht, auf einer stets sauberen Oberfläche zu arbeiten. Das Produkt wird mit drei Schleifblättern und einem mitgelieferten Koffer verkauft. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 2 Dieses Modell kann auf kleinstem und engstem Raum eingesetzt werden und kommt dort an, wo ein normaler Schleifer nicht einmal im Traum hinkommt. An der Spitze befindet sich ein Absaugsystem, das mit einem Behälter ausgestattet ist, in dem alles durch einen kleinen Filter gesammelt wird. Besonders hervorzuheben ist das Vorhandensein einer großen Anzahl von mitgeliefertem Zubehör. Wir sprechen von drei Schleifblättern für die Platte, zwei für das Profil, die für Details zu verwenden sind, und einem Mehrzweckbeutel. Den Amazon-Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 1 Er ist einer der leistungsstärksten Handschleifer auf dem Markt. Mit 160 Watt kann sie selbst kleinste Flächen schleifen oder polieren. Die Geschwindigkeit kann aus fünf Positionen gewählt werden. Die Leistung wird jedoch dank des speziellen Startmodus problemlos erreicht. Die Vibrationen des Produkts werden erheblich reduziert, wodurch die Präzision bei der Anwendung erhöht wird. Die Platte ist zweigeteilt, um das Papier besser auszunutzen. An der Spitze befindet sich außerdem ein Saugsystem, das es ermöglicht, den geschliffenen Staub durch ein kleines Loch abzusaugen. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken.